Wir schauen mal in den vergessenen Garten. Wir erinnern uns doch noch wie man die am einfachsten kennt. So. Ich glaube hier ist eine Axt oder? War das eine Axt oder ein Hammer oder sowas? Ronox die Axt. Genau die Axt. Die ist richtig klasse zum Parieren. Oder die haut dagegen wenn man angreift. Oder wenn man die Schlagen angegriffen macht können Gegner ihn nicht angreifen währenddessen. Das ist bei anderen Waffen weniger der Fall. Let'sschwieforie müssen wir 3 Stück finden. 3 denn ich... ok. Y. So, ist hier irgendwo was, oder ist es nur der Typ gewesen, okay. Bam, bam. Ah, man, wo das so leichter geht daneben. So, okay, jetzt sind wir hier über Untote. Ich bin schon wieder saumäßig ruhig und hab überhaupt nichts sehr langweilig für euch. Vor allem für uns das Spiel hier muss man ein bisschen kommentieren. Aber jetzt passiert ja auch so unglaublich wenig und zu viel und was weiß ich. Baut. So. Genau. Ich brauche unbedingt mehr Stärke. So ist es groß schwer denn, was so saumäßig schwer ist. Kann man das nicht normalerweise öffnen? Oder irgendwie. Ach, ich hätte doch die Katzen anscheinend sollen. Lasst mich raus, hab nur geschlafen. Wie ganze Familie ist das so. Wahnsinnig. Okay, okay. Dann doch nicht hier. Dann geht das halt nicht. Gut. Macht nichts. Hm. Ähm. Helden-Gilde. Wir können mal wieder nach Quests schauen. So. Okay, wir schauen mal, dass wir wieder ein bisschen questen. Bargate-Gefängnis. Rettung des Archäologen. Okay, das mache ich gleich erst mal. Jetzt schauen wir mal hier durch. Bei Rettung des Archäologen gibt es Großtaten. Körperbau fehlt noch so viel. Ähm. Habe ich irgendwo Fähigkeiten, Tempo oder List? Nö. Hört sich nicht. Ich brauche erst mal Stärke. Weißt du, große übernehmen. Im Lütschfeld kriegt man dann die ganzen Sachen, die wir brauchen. Ah, da kann man richtig gut fahren. Er rettet den Archäologen. Oh nein, Kratzer, wie immer. Nö. Weder Waffen noch... Das ist einfach nur dumm. So, ich würde mal nach... ...Bowerstone gehen. Süd-Bowerstone. Wo fehlt mir ein Pilz? Hm. Hm. Ich überlege immer noch, wohin mir ein Pilz fehlt. Habe ich wirklich noch nicht alle Pilze? Hm. Das sägert mich ein bisschen, denn ich weiß, wo der Pilz ist. Man muss einen angeln. Das weiß ich. Ich glaube, man muss einen irgendwo ausgraben. Angenehmen Tag noch. So. Eine nette... Wir sind doch glücklich miteinander. Oder nicht? Das ist sehr nett. Danke. Leist euch die Wolle von den Augen! Seid kein Schaf! Mit euch rede ich nicht. Ihr habt diese teuflische Bürgermeisterin geheiratet. Jetzt seid auch ihr ein Dämon. Ich sehe es an euren Augen. Ja, an euren Augen! Na. Ich würd sagen... Hehehehe. Ich glaube, ich muss mir den mal unterhalten. Ach, Sir. Wir waren alle erfreut zu hören. Die Bürgermeisterin scheint euch zu mögen. Aber denk... Jede Menge zu tun. Das ist einer von uns, das sieht. So, ich hatte gehofft, Dings... äh, dass ich den vielleicht in der Gitter bringen kann. Hört mir zu! Ihr seid alle verloren! Ah, dir glaubt es sowieso keiner. Ich hab ja nie... Ich hab keine Beweise gefunden. Es waren zu viele, wir hatten wirklich keine Chance. Sie haben sich den Archäologen geschnappt und dort auf den Hügel verschleppt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm vorhaben, aber ich wette, es wird nicht lustig für ihn. Hm. Ihr müsst ihn retten! Schnell! Es bleibt nicht viel Zeit! Okay. Ich folge euch nach! So. Ich würd mal sagen, wir machen was so. Wir ziehen mal unsere Waffe, würd ich auch mal empfehlen. So etwas hab ich ja noch nie gesehen! Diese Dinger sind das... BAMs! Boom! Bam! Das sollt so richtig schön rein! Bauts! Bauts! Frisst es! Ich geb euch Rückendeckung! Boom! Verdammt! Bauts! Ich glaub, das ist ein freies Team mit dem Bogen zu killen! Los! Wir schnappen sie uns! Bauts! Bauts! Wie viel Life haben die? Ich glaub, die sind sehr anfällig gegen Jacks Kreaturen. Ich geb euch Rückendeckung! Äh, ich meine gegen den... Dings des Solos... Äh, den Sentinels. Die glaub ich sehr effektiv... Oder der ist sehr effektiv gegen die... Irgendwie sowas war das. Hm. Ich überleg, wo die ganzen Artentäter waren auch. Hm. Okay, der errichtet eine Barrikade. Das soll mal so weglaufen. Kein Herbeirufer hat eine Barriere errichtet. Ich geb euch Rückendeckung! Ihr müsst ihn töten, um sie zu beseitigen. Bauts! Boom! Solos, Großschwert und zack! Ich folge euch nach! Bauts! Mann! Das haut aber richtig... Er hat so einen richtig coolen Rundumschlauch. Das Schwert. Hm. Los! Wir schnappen sie uns! Bauts! Komische Kreaturen. Boom! Ich folge euch nach! Hm. Okay, dann halt so. Ich folge euch nach! Die Barriere ist gefallen. Geht rasch durch und rette den Archäologen! Ja, das hab ich schon mal gehört irgendwie. Ich glaub unten muss man einfach nur die ganze Gegner... Mit Blitz ist das halt einfach. Mit der höchsten Stufe. Die haben einen Stein-Troll gerufen! Hoffentlich überleben wir das! Ja, natürlich überleben wir das. Ups, das war ein Fail. Und scheint das auch. Wenn ich den nämlich überhaupt nicht treffen kann. Ich geb euch Rückendeckung. So, ich hau mal ein bisschen auf den Gegner hier drauf. Bams! 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 Bauts! Bams! Boom! Bams! Das haut so derbs rein das Schwert! So. So. Okay, da, dann müssen wir. Ach, ich hab jetzt gern Bock, den zu retten. Äh, Hirten? Der Fisch hat mich eben verstanden, ich glaub nämlich nicht. Ach, was weiß ich. Oh, das ist der lustigste, die lustigste Stelle. Du bist in Zeit, Lammert. Musst einfach nur durchrennen und die vier Gegner killen. Schnell, Sie haben das Boot fast... Ich läuf die Zeit davon. Die Folge. So, das macht, wenn uns die Zeit davonläuft, dann machen wir das doch mal auf die Art und weisen, dass ich einfach vorbeilauf. Und die Gegner dann killen. Krieg, man kann auch so machen. Damit kann man die auch schnell killen. Ah, da ist der Assassine. Der zweite Augen eines Mörders, genau der, das kann man auch durch die Assassine kriegen. Ah, das kann man auch durch die Assassine kriegen. So, sehr schön. Und die hier kommt auch nochmal zwei auf. So, ich hab mal von hinten schön gemütlich drauf. Wow. Ihr habt mich gerettet. Aber ohne euch wäre ich immer noch sicher in meiner Höhle. Hoppa. Ja, ja, ich kenne den Weg ins Bargate-Gefängnis. Ich weiß doch alles, oder? Darum bin ich so gut wie tot, wenn sie mich wiederfinden. Aber egal, es gibt einen alten Weg ins Gefängnis. Auf dem Friedhof von Litsch fehlt. Wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geöffnet. Wie das geht, müsst ihr selbst herausfinden. Ich bleib jedenfalls nicht hier. Ich kenne da ein paar gute Verstecke. Hm. Schöne Verstecke ist sehr schön. Und da kein Helm, wäre es auch gut was wert. Oh, da ist eine Truhe. Ich dachte, man müsste vier von den Viechern können, aber nur zwei. Okay. Hm. Hm. Muss ich jetzt nicht mehr Friedhof oder Hengille? Hm. Hm. Da kann man noch hier, wie jetzt mal auch gut farmen können. Es gibt immer so ein paar Schellen, wo wirklich Unmengen an die Gegeben kommen. Ich nehme kein Geld. Dann schau ich nochmal durch. Hm. Geh zum Friedhof. Hm. Hm. Genau. Hm. Hm. Nebenquests. Nebenquests. Hm. Hm. Das ist mein Mann! Moment, Kratzer. Ja. Guter Name. Ja. Juhu! Wow! Ja, okay. Juhu! 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 Ja, jetzt hab ich die komplette Zeitschrankpackung doch gegessen. Hm. Juhu! So Leute, wie der haben gar keine Chance. 200 live! Was denkt der wer der ist? Hier ist ein Barbarin. Ich kann gar nichts hin sehen. Ja! Ja! Bis die mal irgendwann fertig geredet haben.